Heute Nacht war es soweit. Die Uhr wurde auf die Winterzeit umgestellt. Musste sie dabei vor- oder zurückgedreht werden? Hier finden Sie alle Infos zur Zeitumstellung im Oktober. Zeitumstellung 2017 An welchem Tag werden die Uhren wieder auf Winterzeit umgestellt? Alle Jahre wieder die gleiche Prozedur im Herbst. Im Oktober werden die Uhren umgestellt, und zwar am letzten Wochenende im Oktober. Dann wird von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt. Folgerichtig ist die zweite Zeitumstellung in diesem Jahr also am heutigen Sonntag, 29. Oktober 2017. Um 3 Uhr in der Früh wurden alle Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Das heißt also, heute Nacht bekamen wir eine Stunde Schlaf geschenkt. Es bedeutet aber auch, künftig wird es eine Stunde früh dunkel. Mit der Winterzeit gilt in Deutschland wieder die sogenannte Normalzeit. Diese wird auch mitteleuropäische Zeit, mitteleuropäische Zeit, genannt und hat eine Differenz von genau einer Stunde zur Weltzeit. Zeitumstellung 2017 Muss ich meine Uhr überhaupt auf Winterzeit umstellen? Besitzer von Funkuhren sind bei der Zeitumstellung wie immer im Vorteil, weil die sich von ganz alleine auf die Winterzeit umstellen. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, in Braunschweig übermittelt über einen starken Sender das aktuelle Zeitsignal an alle Funkuhren. Auch die modernen Smartphones, egal ob iPhone oder Android-Gerät, stellen sich automatisch von der Sommer- auf die Winterzeit um. Vorausgesetzt, man hat diese Funktion im Gerät aktiviert. Bei Android-Handys geht das im Menü Einstellungen bei Datum und Uhrzeit. Dort muss Autom-Datum-Uhrzeit aktiviert sein. iPhones haben die Funktion ebenfalls in den Einstellungen versteckt. Bei Allgemein auf Datum und Uhrzeit klicken, und die Option Automatisch einstellen auswählen. Von Hand müssen natürlich nach wie vor analoge Armbanduhren und Wanduhren umgestellt werden, und eventuell auch der Wecker im Schlafzimmer, sofern es sich bei diesem um ein altes Tic-Tac-Aufzieh-Modell handelt. Zeitumstellung 2017 auf die Winterzeit Warum wird das überhaupt gemacht? Bis 1977 war die Winterzeit noch die einzige Zeit in Europa. Dann beschloss die Europäische Gemeinschaft, der Vorläufer der heutigen EU, die Einführung der Sommerzeit. Seit 1980 werden auch in der Bundesrepublik Deutschland im März die Uhren eine Stunde vor und im Oktober eine Stunde zurückgestellt. Die Einführung der Sommerzeit war eine Nachwirkung der Ölkrise des Jahres 1973. Durch die Zeitumstellung hoffte man, Strom sparen zu können. Eine Stunde mehr Tageslicht sollte eine Stunde weniger künstliches Licht aus der Steckdose bedeuten. Mittlerweile gilt die Vorstellung, wonach die Sommerzeit dem Energiesparen dient, längst als widerlegt. Das Bundesumweltamt erläutert in einer Stellungnahme. Durch das Vor- und Zurückstellen der Uhren sparen wir keine Energie. Zwar knipsen die Bürgerinnen und Bürger im Sommer abends weniger häufig das Licht an, allerdings heizen sie im Frühjahr, und im Herbst in den Morgenstunden auch mehr, das hebt sich gegenseitig auf. Die Zeitumstellung führt zu keiner spürbaren Einsparung von Energie, sagt auch Robert Hintz, Geschäftsführer der E.ON Energie Deutschland. Unternehmen befürworten die Abschaffung der Zeitumstellung ebenfalls, da sie keine positiven Auswirkungen auf ihren Energieverbrauch sehen. Dafür befürchten viele eine geringere Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter nach der Zeitumstellung. Das ergab eine von E.ON beauftragte repräsentativen Joghoff-Umfrage zur Zeitumstellung im Frühjahr 2017. Auch der Bundesverband für Energie und Wasserwirtschaft stellt sich hinter die Kritik an der Sommerzeit. Die deutsche Energiewirtschaft kann seit Jahren keine Sparwirkung durch den Dreh am Zeiger erkennen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Gegner der Umstellung, gibt es jedoch eine positive Nachricht. Die EU-Kommission prüft aktuell Forderungen nach einer Abschaffung der Sommerzeit. Zeitumstellung 2017 Umfragen zeigen, dass immer mehr Deutschabschaffung wollen, immer mehr Bundesbürger haben das Vor- und Zurückdrehen der Uhren satt. So ergab eine repräsentative Joghoff-Umfrage im Auftrag von E.ON 2016, dass 70% der Deutschen die Zeitumstellung als überflüssig betrachten, und sie am liebsten ganz abschaffen würden. Zudem zeigte eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAG Gesundheit im März 2016. 74% der Befragten, also drei Viertel der Bevölkerung, halten die Zeitumstellung für überflüssig. Drei Jahre zuvor hatten sich in einer Umfrage bereits 69% der Deutschen gegen die Zeitumstellung ausgesprochen. Trotz der klaren Meinung der Deutschen, vermisst man in der Politik eine Debatte über die Einführung einer permanenten Sommer- oder Winterzeit. Darauf darf man wohl auch noch lange warten. Für die Bundesregierung sei eine Abschaffung kein Thema, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert im Jahr 2014. Für ein Ende der Umstellung, bräuchte man eine Einigung aller 28 EU-Staaten, die im Moment nicht in Aussicht stehe. Zeitumstellung 2017 Frauen macht Umstellung auf Winterzeit mehr zu schaffen, auch wenn man bei der Zeitumstellung auf die Winterzeit eine Stunde geschenkt bekommt. Das Hin und Her zwischen Sommer- und Winterzeit stört kurzzeitig den Schlafrhythmus vieler Menschen. Das belegt eine repräsentative Forsa-Umfrage unter 1014 Menschen in Deutschland im Auftrag der KKH, Kaufmännische Krankenkasse, aus dem Jahr 2013. Demnach, haben vier von zehn deutschen Probleme durch die Zeitumstellung, Frauen, 46%, deutlich mehr als Männer, 36%. Die Mehrzahl der Betroffenen braucht einige Tage, um wieder in den normalen Schlafrhythmus zu finden. Neun Prozent der Frauen, und vier Prozent der Männer gaben sogar an, unter der Zeitumstellung regelrecht zu leiden. Wer Probleme hat, sich nach der Zeitumstellung an die Winterzeit zu gewöhnen, was Hans Günther Wees, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin und Leiter des Schlafzentrums des Pfalzklinikums in Klingenmünster betroffenen rät, haben wir unter diesem Link für Sie zusammengefasst. Zeitumstellung 2017 Nachtschicht um eine Stunde verlängert Die meisten dürften sich darüber freuen, dass sie wegen der Zeitumstellung auf Winterzeit eine Stunde länger schlafen dürfen. Doch wie ergeht es Menschen, die Nachtschicht haben, wie Madlen Halember, 26, Polizistin aus Geritzried. Sie erklärte dem Isar-Leusach-Borten vor der Zeitumstellung im vergangenen Herbst. Anführungszeichen Ich arbeite in der Nacht auf Sonntag von 18.45 Uhr bis 6.45 Uhr. Dieses Mal dauert die Schicht eben etwas länger, 13 Stunden statt 12. Die eine Stunde mehr Arbeit wird bezahlt. Bei der Zeitumstellung im Frühling ist die Schicht schon nach 11 Stunden vorbei. Alles gleicht sich also aus. Mir macht die Zeitumstellung nichts aus, ich bin ja noch jung. Ich weiß aber nicht, wie die älteren Kollegen damit zurechtkommen, die schon länger im Schichtdienst sind. Zeitumstellung 2017 Allgäurin Ute Neu lebt nur in der Winterzeit Ute Neu aus dem Allgäu will die halbjährliche Zeitumstellung nicht mitmachen. Sie lebt deswegen nur in der Winterzeit. Und das seit 35 Jahren. Die Sommerzeit ist totaler Quatsch Ausrufezeichen, sagt die Frau aus Wangen im Allgäu. Deshalb macht sie von Ende März bis Ende Oktober ihr eigenes Ding. Wie Ute Neu in der Sommerzeit konsequent nach der Winterzeit lebt, erfahren Sie in diesem Artikel. Zeitumstellung 2017 Diese Eselsbrücken sollten Sie kennen. Es gibt einige Eselsbrücken, mit denen Sie sich ganz leicht merken können, ob bei der aktuellen Zeitumstellung der Tag eine Stunde kürzer oder länger wird. Zum Beispiel Im Winter hinter Der Spruch ist eigentlich selbsterklärend. Bei der Zeitumstellung auf die Winterzeit werden die Uhren zurückgedreht. Oder Im Winter gibt es Winterschlaf. Meint Bei der Zeitumstellung auf die Winterzeit bekommen wir eine Stunde mehr Schlaf, denn die Uhren werden zurückgedreht. Und dann gibt es noch eine bekannte Eselsbrücke mit Gartenmöbeln. Im Sommer stellt man seine Gartenmöbel wieder vor das Haus, im Winter holt man sie wieder zurück. Entsprechend werden die Uhren bei der Zeitumstellung auf die Sommerzeit eine Stunde vorgestellt, und bei der Winterzeit eine Stunde zurückgestellt.